Hallo! Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen. Dieser Satz stammt von Johann Wolfgang von Goethe, einem der bedeutendsten deutschen Dichter. An einer Hochschule hat man die Chance, viele neue Sprachen zu lernen, zum Beispiel in Form von Sprachtandems. Sprachtandems bestehen aus zwei Personen mit unterschiedlichen Muttersprachen. Man trifft sich ein- bis zweimal pro Woche, um miteinander in einer Sprache miteinander zu kommunizieren. So fällt das Sprachenlernen sehr leicht und man lernt nebenbei noch viel über die Kultur des Anderen. Manchmal kann man diese Tandems auch in Form von Leistungspunkten auf die Studienleistung anrechnen lassen. Mehr könnt ihr beim Sprachenzentrum eurer Hochschule herausfinden. Unser Tipp, wer sich gleich zu Beginn seines Studiums einen deutschen Tandempartner sucht, hat nicht nur sehr schnell die Chance, die deutsche Sprache zu lernen, sondern kann einem deutschen Studenten auch gleichzeitig ganz viel über seine eigene Kultur erzählen. Das ist unglaublich spannend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017